hallo meine lieben minecraft freunde herzlich willkommen bei einer neuen folge badwars mit dem guten ich finde ihn gerade nicht irgendwie warum ist er nackt ja mit dem kodi let's play das wusste ich noch aber ich finde ihn nicht kann sein dass ich bin im anderen team warum ich hab doch blau gewählt er ist einfach in rot gegangen unglaublich gut also nicht mit dem kodi sondern gegen den kodi ja danke ich bin ganz alleine richtig arschloch ja dann halt nicht war anders geplant und sagt mir auch gerade helfen stehe ich hier alleine für das ganze geld und ich gucke gerade warum ist jeder rot warum liegt hier überall stroh ich hab schon verloren ich bin weg als ab runter gehauen wenn er jetzt zu mir rennt dann könnte er mein bett haben nee ist er nicht zum glück gott ja das ist natürlich super gelaufen jetzt und ich kaufe alles doppelt juhu besonders nervös ja was würdest du denn machen wenn du alleine bist da habe ich falsch gebaut okay aber stein ich brauche mich in die mitte nicht nervös ich werde total etwas gutes hat das natürlich und zwar ich habe alles für mich ja das stimmt natürlich obwohl die teams alle nicht voll sind ne wo ist denn der wo ist denn der kodi dahin du bist ja auf der ganz anderen seite ah nee da wirst du gerade so belagert ja ich wurde so belagert ein bisschen ich sehe es voll arschloch ne richtig gemeiner typ warum kann ich ihn nicht setzen ja ich baue hier auch grad ziemlich wie so ein idiot ja kannst du da jetzt mal weg gehen ich will auch in die mitte der nervt der typ schlag ihn einfach runter nein nicht mich wir haben schon jetzt runter geschlagen stark ganz stark machen machen wir jetzt ein wettbauen wer höher kommt so ja wir machen auf jeden fall die folgen abwechselnd die erste folge kam jetzt beim oder kommt noch beim kodi die zweite folge bei mir gegen den kodi nicht ganz so laut plan die dritte folge dann wieder beim und hoffentlich mit kodi das kann man ja noch nicht sagen der hat schon bogen war habe ich hier krasse leute im team unglaublich rot ich hasse die farbe rot was einschlag der typ war tot ok hacker für ich ja ja aber mein team ist sehr produktiv muss ich sagen ich glaube ich bin der einzige der hat nicht so produktiv ist naja ihr macht das schon so könnte natürlich sein dass der sofort wiederkommt doch fast aus ok also ich habe bögen nein was da will ich gerade in die mitte springen wird abgeschossen warst du das schon wieder der hat er hat er sich irgendwie abgesehen oder was bei dem falsch jetzt habe ich einen bogen schön du hast ja alles für dich ja gib mal ruhig was ab ich kann ja trotzdem zu dir rüber kommen dann kämpfen wir gegen die anderen ja genau dann am ende ja das ist die frage und dann kriegen wir beide im bahn weil wir team die hose brauche ich nicht die kann ich dem schenken auf jeden fall auf magnet schuhe du bist doch alleine ja natürlich nein ich meine den shoptypen achso den hast du jetzt mit eingespannt der spielt jetzt für dich ja natürlich könnte ich das alleine regeln und du machst irgendwo eisen und du machst den shop so jetzt kommen magnet schuhe läuft bei mir wäre halt witzig wenn du auch noch gewinnen würdest ja ne ich kann erstmal nur auf verteidigung gehen eigentlich ja nachdem ich mich hier zweimal schon selber runter gehauen habe läuft ganz gut ja ich kriege ja leider davon nichts mit ja das wirst du ja alles sehen ich gucke gerade habe ich überhaupt die aufnahme gestartet so verrückt wie das jetzt war ja ist alles aufnahme ist gestartet alles falsch gemacht hat irgendwas anderes gestartet wir werden beschossen und bei mir wieder zwei gelbe wollen mich jetzt holen na herzlichen dank alter bei dir ist alles zugebaut sehe ich gerade aber ja trotzdem wollen die mich holen die mitte können wir gerade die mitte können wir absolut vergessen was mit trick 17 ne ist auch schlecht ich bin schon mal einmal runtergefallen das ist gut so rüstung habe ich ja und er ist tot aha opfer lauf 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 pfuh so du warst rot ne nein nein doch natürlich warst du rot ich weiß das genau so ich hoffe gelb kommt jetzt erstmal nicht zu mir wir haben gesehen dass ich äh sehr starke verteidigung habe ich könnte jetzt rüber zum cody was nein war ein scherz wir haben aber hier die mitte ihr ja das ist schön das freut mich immer wenn du erfolgreich bist also lieb von dir was machst du so ich guck mal kurz so der bogen ist drin ich muss jetzt nur noch irgendwie zurückkommen und wieder ein gelber zu mir kein problem boah ist du das da hinten dragons nein bin ich nicht irgend so ein typ von dir steht da bei mir ach so ich weiß noch nicht ob ich sagen soll ob ich es bin oder nicht nicht dass du mich dann einfach abschießt ne ich hab den namen schon gesehen das war's nicht alles gut krassen bogen geholt jetzt geht's ab jetzt kommen die bogenskills meine damen und herren was ops so ich hab mein bett mal ein bisschen weiter zugebaut einfach nur weil ich denke ihr wollt bestimmt noch kommen ja meine machen grad nicht so wirklich viel ich kann ja mal hallo sagen beim cody du willst mir hallo sagen? ne ich versuche es grad warte ey hör auf zu schießen ja gar hier ey mach keinen scheiß in dem Fall nein nein und oh oh ich bin nicht ungefährlich freundchen nur weil ich alleine bin hey das macht mir Angst so mach ich den jetzt ich will irgendwas tun ich bin vielleicht soll ich mir mal eine kiste kaufen in meiner situation in meiner situation vor allem das bei mir nicht so viel action ist das freut mich ähm ähm könnten wir mal versuchen mich da hinten rüber zu bauen aber dann brauch es nur einen arschloch geben wenn ich da runter schießen will dann war es das egal ich würde es trotzdem ok ok gelb äh traut sich grad auch nicht ich könnte dich ja jetzt abschießen aber nein ja ja ein roter ist runter gefallen so gelb hier ein bisschen abfacken das klappt schon mal ganz gut oh wo geh ich denn hin ich wollte mich schon fast zu weit bauen aah gelb hat mein eis geklaut jawohl getroffen ah und der ist auch noch runter gefallen überragend ich dachte da wäre jetzt richtig viel eisen und dann ist einfach nix eh gemeinheit die sind da jetzt wieder auf mich hoppa nein oh Gott Gott laufende Leben ok gelb kann in die Mitte gerannt ich werde jetzt bedrängt so na gut ein kleines stilles Rühnchen das freut mich kann ich noch oh nee kann ich nicht gelb und rot rügel sich Rühnchen macht gar nix hab ich schon das beste Schwert hat dir einer ne Truhe gebaut von meinen Bros? ne ne natürlich nicht ich muss hier alles selber machen wieder oh Jungs geht mir nicht auf den Sack wirst du jetzt ganz alleine drüben ne du wirst beschossen wie ich grad seh mhm oh krass gelb ist wieder am drücker ja was merke dich weil die dann immer sofort zu mir kommen wir denken oh da ist nur einer boah was was konnte der mich denn da treffen war ich das he weiß ich nicht irgendjemand hat mich getroffen guck mal ich versuch den gelben mal bei dir da abzuschießen ist aber lieb von dir oh er geht wieder zurück ja die haben die mitte ist das problem ja die rennen da die ganze Zeit hin und her in einer mitte hab ich jetzt einmal getroffen den gelben was macht ein grün grün auch noch da ah Jungs verpisst euch ja die leben noch aua oh warum treffe ich den denn nicht kann doch nicht sein trifft den gelben da auch nicht irgendwie doch jetzt hab ich ihn getroffen ist klar und der trifft mich hä wir haben ihn nochmal getroffen ah das wird ne saulange folge auf jeden fall sieht der noch aus weißt du nicht wie saulange ich noch da drin bin aber hehehe da lacht er einfach herzlich ok komm komm naja kollege wenn du ärger brauchst ich kann dir Ärger beschweren ich bin Team Rocket so meine Ender Perle gönn ne ist hier sowas wie Rettungsplattformen ne ne aber das hier könnte ich mir mal gönnen und das wär auch als nächstes nicht schlecht oh was alter was zum Glück überhaupt keine Idioten hier in meinem Team hä von wem denn hast du gesehen dass rot dann danach einen getötet hat stark stark freunde oh das wird jetzt äh hat Geld noch ein Bett? ich würd mir das ja so gerne holen ich hab ja auch Ender Perle und alles aber ein bisschen jetzt gehen die voll auf Defensive jetzt spawn ich hier alles zu ja? naja ja gut verständlich der eine Gelbe der tötet sich anscheinend gegen uns selbst jawohl ich wenigstens einmal getroffen hey grün macht nichts chillen da ich werd beschossen Hilfe ich werd beschossen Hilfe uncool so ich krieg jetzt keine Ressourcen mehr aber das ist mir egal wieso was hast du gemacht? nein was? das gibts doch nicht ich hab komplett zugebaut das gibts doch nicht bist du tot? das gibts doch nicht na gut dann kannst du jetzt nur noch mir zu gucken ganz ganz starke Folge ja super duper wir müssen halt im Team arbeiten sonst klappt das nicht ja sonst klappt das echt nicht ja hast recht ich versuche jetzt einfach dir im Bett zu holen hey hier kommt die Meldung stell dich nicht vor andere Pfeile äh sieht man mich? nö okay der Gelbe beschießt dich oh ganz knapp oh da hat er aber Glück ich hab Magnet schon ja krasser Typ ja was machst du? gerade ja Freunde doch anders wie erwartet äh sterbe ich wieder als erstes also was heißt anders wie erwartet äh aber lebe wieder sagen wir mal so wie erwartet ja komm Leute dann holt euch mal mein Bett das wird bestimmt nicht einfach Badiolo der hält aber auch einiges aus hier der Cody ist unglaublich Freunde und dann oh jetzt wird's eng boah mit der blanken Faust drischt er da rein will der Typ machen? du wirst einfach nur verprügelt die brauchen jetzt ein bisschen da durch zu kommen würde ich sagen ah clever mit Truhen hat er das zu gebaut natürlich was machst du? du hast dich verpisst? nö ich bin runter gefahren achso die flagen mich ja runter nein will ich doch nur weg kommen boah ist das nervig ich versuche von hier oben auch mal einen zu hauen das kommt davon wenn du dich komplett zubaust wie lange brauchen die denn für dein Bett was hast du denn da ah nein Ende yeah cool ja ähm das war's von mir äh leider äh ne sehr sehr enttäuschende Runde noch nicht mal mit dem Cody im Team dann auch früher als Cody ausgeschieden und Cody konnte auch nix mehr retten leider naja ich hoffe trotzdem die Folge hat euch gefallen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder und aber beim Cody let's play haut rein tschüss 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 tschüss